Also ich bin der Nils, ich habe gleich ein paar Boomerangs und du hast ihn ja schon gesehen. Von daher werde ich einfach mal ein paar allgemeine Boomerangöfe zeigen, vielleicht kurz was zu sagen, wie das dann auch im Wettkampfsport aussehen kann und dann am Ende den Weltrikot-Versuch starten. So sieht das Ganze aus. Eine andere Disziplin, die ich sehr mag, ist ein Trick-Catch. Du kannst mit zwei Fins catchen unter dem Leg. Oder wenn es mehr schwierig wird, dann catchen sie hinter dem Bett. Mit zwei Händen. Du kannst mit zwei Händen catchen. Du kannst ihn hoch und catchen. Das ist gut. Du kannst mit zwei Boomerangs machen. Das ist eigentlich der Idee der Weltrekord attempt. Und von zwei Boomerangs gleichzeitig machen. Und mit zwei Boomerangs machen. So, ich mache verschiedene Trick-Catchen. Ich mache zwei Boomerangs gleichzeitig. Ich mache verschiedene Trick-Catchen. Ich mache den Fink-Tier-Fachiner. Ich mache den Fink-Tier-Fachiner. Ich mache den Fink-Tier-Fachiner. Ich mache den 50- Computer-Hekisten. Jetzt kommt der Fink-Tier-Fachiner. tieren, ich mache den einen Rennx ber akin. oder die Stellste Zeit gewinnt Das war gerade so hoch Ein Appetit, das ich vorhin vorhin inventete, nach der Zeit von der World Championship das ist ein Strike Catch mit dem Schuss. Schuss. Das ist ja auch okay. Okay, meine Damen und Herren, wir werden kurz den Leiter in Süman am Gärz und alle Fragen durch 2-4. Wir werden auch 5 Stunden auf 5 Stunden hören. Ich brauche ihn zu tun, weil ich ihn verabschiedet habe, muss ich ihn verabschiedet werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, who wants to give me another try? Just raise your hand. One, two, three, four. Well, that's much better. One, two, three, four. 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 One, three, four. One, two, five. One, two, three, four. Untertitelung des ZDF, 2020